Jeder Sundance Whirlpool ist auf die beste Hydrotherapie ausgelegt, die ein Whirlpool bieten kann. Mit zuverlässiger Leistung und den neuesten, innovativen Produktmerkmalen. Angefangen bei der eleganten Form mit klaren Linien und der Energieeffizienz der Elite Whirlpools und den Traum Whirlpools der Modellserie 880, den meistgekauften Luxus Whirlpools der Branche, bis zur innovativen Modellserie 780 mit ihrem kompromisslosen Wert und den portablen Whirlpools der 680 Serie, die für Spaß sorgen. Ganz gleich, welchen Whirlpool Sie auswählen. Sie können sich Komponenten höchster Qualität, gut durchdachter Gestaltung und Herstellung nach höchsten Standards gewiss sein. Sie erhalten Sundance-Qualität und Wert sowie eine Garantie, die von niemandem in der Branche übertroffen wird. Bis zu 10 Jahre auf manche Komponenten, wie zum Beispiel das Acryl. Ganz gleich, welche Größe und Form Sie suchen. Sundance bietet Ihnen das für Ihren Garten und Lebensstil perfekt geeignete Produkt.